Ja, wir sind auf dem Weg nach Fort Atlas zur Bruderschaft zurück. Jetzt mache ich einmal optional ein Gespräch mit der Valdez, gelehrte Valdez. Und wir haben oben Besitzrechte. Lade Chinas Holuband auf ein Terminal der Bruderschaft würde bedeuten, dass ich für die Raider spionieren würde. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, weil die wollen ja Daten haben. Also, damit sie die Bruderschaft besser überfallen können, will ich aber nicht. Räder sind doch immer böse. Menschen, die sich nicht an Regeln halten können. So, und aus diesem Grund mache ich das auch nicht, dass ich mich mit denen verständige. So, ich gehe erstmal zur Valdez hoch, die müsste hier sein. Oder den Computer. Ja, das ist die Frage. Ich werde mal mit ihr reden. Vielleicht lernen wir ja beide was. Äh, ja, das ist schon mal gut. Wenn sie in etwa so sind, wie die, die wir bei der Expedition getroffen haben, dann dürfte die Lage eher unschön sein. Okay, wie kann ich helfen? Okay. Sie haben wichtige Informationen, verlangen im Gegenzug aber Informationen über uns. Ah. Ich glaube, ich verstehe. Bei Daten weiß man nie, was real ist oder nicht. Dazu muss man sich schon selbst gesammelt haben. Ganz ehrlich? Ich habe deshalb daran gearbeitet, mein Terminal zu verschlüsseln. Würde jemand Unbefugtes darauf zugreifen, bekäme er falsche Information und wäre nicht klüger als vorher. Ich war noch nicht fertig, aber du kannst meine falschen Daten benutzen. Die müssten klar erkennbar sein. Wähl nun nicht die falsche Datei aus. Das sind Raider. Es wäre gar nicht gut, wenn sie uns gegenüber im Vorteil wären. Noch schlimmer, wenn der Ritter erfahren würde, dass ich schuld bin. Okay, mit einer Worte. Ich habe die Erlaubnis, diese Daten... Äh, dass ich diese Daten... Ach, ist egal, wir machen einfach mal... Das ist unwahrscheinlich, aber ein Feind könnte mit unseren Namen, Fähigkeiten und Biografien Mitglieder täuschen. oder eine gezielte Strategie entwickeln. Vielleicht speichere ich darauf auch Baupläne und Lageraufzeichnungen. Das wird immer noch von Hand gemacht. Ich hoffe, wir machen uns nicht so viele Feinde. Von den Raidern erwarte ich nicht viel. Aber vielleicht sind sie cleverer, als sie tun. Oh Mann, das kann ja böse enden. Okay. Na gut. Kein Problem, ich helfe gern. Gut, dann machen wir das so. Das ist aber schon mal eine sehr gute diplomatische Lösung, finde ich. Ähm, ich gehe jetzt einmal da drauf. Archive des Atlas. Bruderschaft. Stützpunkt. Schriftrollen. Ähm, jetzt weiß ich nicht, welche ich laden darf. Oder ich gucke sie alle durch. Gelehrte, weil das ist persönliche Aufzeichnung, war das, glaube ich. Appalachia. Okay, Appalachia. Wir hatten das Schlimmste erwartet. Die verbrannten solche totale Verwüstung. Ich weiß noch, wie ich mir die gelehrte Takano jede neue Nachricht aus Paladin Tagertis Stützpunkt anhörte. Jeder versucht die Verbrannten zu bekämpfen, hatte Flüchtlinge, Verluste zu folgen. Die Ältesten können uns viel beantworten. Ach, hör auf zu quatschen. Paladin Tagerti, so stark sie auch war, klang bei jedem Mal etwas verzweifelter. So langsam begriff ich, warum meine Eltern darauf bestanden hatte, dass ich Gelernte bleibe. Ich konnte ihnen nur dafür danken, dass ich in meinem Bunker sicher war und nicht gegen so etwas kämpfen zu müssen. Ich laufe, die quatschen mir immer dazwischen. Oh, ich glaube, ich lese das nicht weiter, Leute. Die quatschen zu viel, ich kann mich nicht konzentrieren dann. So, ich halte es aber einen Moment an und dann könnt ihr es weiterlesen, ja? Kalibrieren, festziehen. Okay. So, ja, wenn ich denen jetzt Daten gebe vom Atlas, Stützpunkt, Schriftrollen, Archive. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Das können wir später immer noch gucken, glaube ich. Bruderschaft, Stützpunktrollen, Paladin, Rahmani. Hm, ich gehe nochmal raus. Ich spreche nochmal mit ihr. Nein, weiß ich nicht. Ich möchte über die Leute gerne wissen, wie es ist, zu den Gelernten zu gehören. Ne, wir kriegen hier keine... Also, man kann es nochmal wiederholen. Ich glaube, ich verstehe. Bei Daten weiß man nie, was real ist oder nicht. Dazu muss man sich schon selbst gesammelt haben. Ganz ehrlich? Ich habe deshalb daran gearbeitet, mein Terminal zu verschlüsseln. Würde jemand Unbefugtes darauf zugreifen, bekäme er falsche Informationen und wäre nicht klüger als vorher. Ich war noch nicht fertig. Aber du kannst meine falschen Daten benutzen. Die müssten klar erkennbar sein. Ich habe die gar nicht erkannt. Wähle nun nicht die falsche Datei aus. Das sind Raider. Es wäre gar nicht gut, wenn sie uns gegenüber im Vorteil wären. Noch schlimmer, wenn der Ritter erfahren würde, dass ich schuld bin. Okay, äh, geht's weiter? Jo, super. Äh, warte mal. Vielleicht sollte ich das hier mal fragen. Naja, ich möchte nur helfen, wo ich kann. Rostige Nägel und so sind ja schön und gut. Aber manchmal schreibe ich auch gern Programme und mache mir nicht die Hände schmutzig. Na gut, ich versuche es doch mal. Ja, also ich soll die eigentlich erkennen. Vielleicht sind alle irgendwie, ich kann die nicht erkennen. Das sind persönliche Aufzeichnungen. Das sind die Archive. Ah, Archive. Was haben wir denn da bei den Archiven? Gucken wir doch mal rein. Oh Mann, äh. Schwierige Sache, ne? Hm. Vielleicht sollte ich erst mal... Moment, ich mache das mal anders. Ich versuche mal, ein Holoband zu finden. zu laden des Holoband. Chinas Holoband. Aha. Da haben wir doch. Wir laden jetzt einfach was. Weil du keiner von uns bist. Aha. Terminaldaten herunterladen. Ah, hier. Jetzt ist es erkennbar. Man muss also das Holoband laden. Und dann kann man die Daten herunterladen. Genau. Die anderen kann man angucken, trotzdem. Solange man das Holoband nicht runtergeladen hat. Ja, das ist ja gut. Gib China das Holoband zurück. Okay, dann machen wir das jetzt im nächsten Schritt. So. Habe ich das jetzt ausgeworfen? Moment. Sieht so aus, ja. Okay. Gut. Ich würde gerne wissen, wie es ist zu den Gelehrten. Lass uns über dich reden. Ähm. Nein. Ich muss wieder los. Ja. Gut. Bis denn. Jetzt versuche ich das noch einmal, dass wir zu den Rädern gehen. Und dann geben wir der China mal das Band. Das sind aber falsche Daten. Wir haben also die richtige Datei gefunden. Und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt. Ob wir eine Info haben über die Waffen, wo die herkommen. Oh Gott, lass mich laufen. So. Ich springe direkt dorthin. Ich mache also kein Unwichtiges mal. So. Da waren zwei Markierungen gerade. Ja, schauen wir mal. Erstmal zu China. Ach, das andere ist wahrscheinlich Rennen gewesen. Für die wir wieder einen Auftrag hätten. Oder von der wir einen Auftrag bekommen. So. Gut. Wir müssen aber zu China. Brennen müsste hier sein. Nee, das ist nicht Brennen. Okay. Oh, wenn was im Weg steht, dann springen wir einfach drüber. Ich glaube, da war China. Hopps. Hier in diesem kaputten Land eine wohl willkommene Möglichkeit, sich fortzubewegen. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob das was bringt. So, da ist China. Was? Hast du das Holoband? Ja, ich habe das Holoband. Jo. Gut, danke. Die Waffen stammen aus verschiedenen Quellen. Ein paar haben wir einer Gruppe von Siedlern abgenommen. Wir haben sie auch untereinander gehandelt. Ein paar alte Freunde sind vor einer Weile damit in Krater aufgetaucht. Behaupteten, sie erbeutet zu haben. Die haben damit bis zu ihrer Abreise geprahlt. Dass sie schwer gepanzerte Typen in die Flucht geschlagen hätten. Keine Ahnung, ob die zur Bruderschaft gehörten. Aber das war euer Logo auf diesen Waffen, oder? Ist mir egal. Jetzt habe ich dir gesagt, was ich weiß. Hoffentlich sehen wir uns nicht wieder. Äh, ja, hoffentlich. Äh. Moment mal, du meinst? So ist es. Vielleicht hatten sie noch mehr, vielleicht auch nicht. Aber sie hatten welche. Okay. Von Westen. Sie sagten, sie hätten Ohio durchquert. Keine Ahnung, wie weit sie noch gereist sind. Mhm. Die haben ständig davon geredet. Also habe ich irgendwann nicht mehr hingehört. Aber ich weiß noch, wie sie einen Helm mit einem Einschussloch im Visier rumreichten. Eine Trophäe der Gefallenen. Jawohl. Na gut. Ändere nicht deine Meinung. Das war ein einmaliges Angebot. Und wir werden niemandem davon erzählen. Na gut, wenn du das nicht tust, du hättest auch nicht. Mh. So. Wir haben sie reingelegt. Sie haben hier die falschen Daten jetzt bekommen. Das merken wir uns mal. Mal sehen, was das für Auswirkungen hat. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Was soll man denn machen? Wir sollen nach Britta Shin nochmal gehen. Mit Wren werde ich jetzt ganz gewiss nicht mehr. Sprich mit Schief. Wer ist denn Schief? Äh, Schief. Wer ist denn hier der Schief? Sprich mit Schief. Ach nö. Das schalte ich jetzt mal ab. Das schalte ich mal ab. Also Nebenmissionen machen wir jetzt erstmal nicht weiter. Setzer raus. Sprich mit Schief. Das ist immer täglich. Also das sind so Nebenquests, die dann immer mal wieder auftauchen. So. Jetzt müssten wir nur eine haben. Meldlich Baritta Shin. Ach. Moin, moin, moin. Und ja, ich springe nach Hause. Das ist dann nicht so teuer, wenn ich darüber springe. Und, ähm, wir versuchen jetzt, äh, der, den Foundation loyal gegenüber zu sein. Und wir versuchen auch der Ritterschaft, äh, loyal zu sein. Oh, ein Händler. Halt, bleib stehen. Bleib mal stehen. Du sollst stehen bleiben, du Blödmann. Ich will doch mit dir handeln. Der hat keine Waffen. Er hat Hilfsmittel. Was hat er da? Warte mal, da können wir ihm ein paar Sachen verkaufen. Zum Beispiel die Gewürze. Ist der schon gebraten? Nee, der ist kurz vor Ablauf. Ablaufdatum. Ach, wir haben ganz vergessen. Klingkorn und Dings so machen. Die essen wir noch, die Sachen. Mais wollte ich auch noch machen. Das benötige ich nicht. Das Lager nicht. Pfeffer. Ameisenlager behalten wir. Hier, für den Notfall, wenn wir zu schwer geworden sind. Ähm, ja, man ist nicht überladen. Man ist nur zu schwer. Das brauche ich nicht. Die beiden kann ich auch wegbringen. Tun, irgendwie auch. Wein, Wodka und Zucker brauche ich eigentlich in der Regel auch nicht. Und wenn, dann weiß ich, wo man welchen bekommen kann. So. Wieder ein paar Kronkorken für uns. Der Hundenapf, den behalten wir. Der ist aus Plastik. Oh, der hat Munitionsschrott. Das ist gut. Da ist viel Blei, Stahl, Kleber, Aluminium. Was ist denn hier los? Ey! Die machen meine Wohnung kaputt. Da oben, die blöden Maus. Ähm, Mäuse da. wo ist das muss in meiner bude sein warte das ist wieder unten schweine backe das ist mein haus kaputt gemacht gut dass ich rechtzeitig hier war jetzt habe ich noch da ist ja nur mehr der hat meine haus kaputt gemacht hier ist noch nicht viel drin aber nicht schon wieder die schweine backen die das kann man auch gesamt reparieren so kann ich nicht rausnehmen solange ich der ist wahnsinnig gewesen genau da hat bisschen schneller da dauert zu lange ja die munitionsschritt kann man ruhig kaufen dass immer schöne sachen drin so gut jetzt muss ich mal kurz gucken da da geht man dann hier hin und da sagt man space und alles reparieren müssten alle wände wieder heile sein alle maschinen ja weil sie läuft hat sie doch auch der ist sogar noch was drin ja daher habe ich die viele säure also jetzt gucke ich hier oben noch mal ob die wand wieder in ordnung ist ja alles gut prima so geht das da kommen so ein paar doofe wölfe moment futter machen wir wollten noch futter machen futter für mutter also ich werde mir als kleber nicht moment wir könnten mal was versuchen das war kleber immer eine lieber aber wir könnten etwas klima machen genau das machen wir mal so den rest verarbeiten wir zu nahrungsmittel also ich gucke meister unter alle so hier zum beispiel klingkorn suppe ein bisschen ja da haben wir gleich wieder ein bisschen mehr bekommen ach so weit werden wir meist vergessen klingkorn suppe und klingkorn suppe das sollte man sich merken und stürmer doch komm ich will mich bewegen so ja das blockiert durch diese super duper sachen die brauchen einfach zu lange so wo ist denn dieser quatschkorb hey du quatschkorb ist es schon wieder da unten am rumrennen die bruderschaft war auch schon wieder zicken da oben na lass ich ihn ruhe diesmal okay wir sollen zu ritter shin da könnten wir von hier aus gut ganz gut mal hinlaufen mit macht kurz ja wir laufen mal hier über berg ja ich kann jetzt schlechter darauf schießen das sind nämlich eigentlich welche von der bruder schon so etwas kaffee klingkorn suppe und klingkorn suppe so wenn ich mir noch etwas davon und weiß zu können und weiß zu können so und da machen ganz schön radau so jetzt muss ich mal gucken ritter shin ok mal gucken ja es funktioniert einfach am besten wenn man das tatsächlich alleine und solo macht alleine schon wegen der foundation und ob man bei den radern irgendwie ein brett im stein hat ne halt die klappe wo ist ritter shin sagt man wo ist der denn der blödmann die verbrannten die raider die guhle wer auch angreift wir werden bereit sein wo steckt der ach da unten irgendwo hier ahja ist da etwa eine schulung nötig was ich hab alles richtig gemacht du bist also aus crater zurück der schreit ich erwarte deinen bericht ritter beziehen die waffen aus zwei quellen das bekomme ich für meine mühlen ich kann bericht jetzt noch nicht abgeben na gut machen wir es einfach ich hatte auf eine andere nachricht gehofft also gut wer sind die quellen äh eine gruppe aus dem sagte sie haben sie im kampf verbeutet verstehe und sind diese raider noch in crater das weiß ich nicht dann ist es ebenso konzentrieren wir uns zunächst auf appalachia ok mehr kann ich über die quelle der raider nicht berichten doch hatte ich doch ich hatte doch noch eine zweite quelle ne ach ne und die andere die andere kommt jetzt von denen sie dann aus foundation das würde ich jetzt aber die foundation wieder verraten na gut auch foundation es ist schlimmer als gedacht wenn das so weiter geht handelt bald ganz appalachia mit diesen raketenwerfern alles nur wegen verzeihung ich habe die fassung verloren wir sollten uns sobald wie möglich foundation widmen foundation lassen wir in ruhe du kriegst einen tritt in den hintern von mir da fragen wir nochmal friedlich oder nicht zivilisten dürfen zu solcher technologie keinen zugang haben du bist ein arsch kann leicht schief gehen nimm den großen krieg als beispiel diese katastrophe war der auslöser für unsere heutige mission was hast du gesagt was hat all das verursacht diese information ist nicht für dich bestimmt anwärter fahr mit deinem bericht fort nein ich fahr nicht schwimmen mehr kann ich nicht das wäre also alles das war ein gründlicher bericht die bruderschaft weist ein gewissenhaftes vorgehen zu schätzen und sein nächstes ziel lautet foundation paladin rahmani plante bereits mit ihnen kontakt aufzunehmen sie dürfte das interessieren kein grund alles zu erläutern ich erstatte später genauer bericht immer diese geheimnisse hier ich bin doch kein hund wow wow wie sind die waffen der bruderschaft überhaupt abhanden gekommen die räder haben den helm eines ritters erwähnt ist jemand wichtiges gestorben der helm eines ritters das muss zwei weitere ritter brachen mit uns von der westküste auf ritter thornberry kehrte auf halbem weg wieder um ritter connors gab sein leben ehrenvoll im dienste der bruderschaft zeig angemessenen respekt wenn es um ihn geht dieser helm war eine atrophäe für sie unverzeihlich wie sind die waffen der bruderschaft überhaupt angekommen diese information ist geheim alles geheim 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 du musst nur wissen dass wir an der lösung arbeiten jaja wir arbeiten an der lösung ich auch das war alles ich erstatte paladin rahmani bei euch ad victoriam ok so jetzt gehe ich aber erstmal zu ad rahmani wo war denn der ausgang hier wurde eingang der ausgang rahmani wo ist rahmani 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 hallule man das dauert aber lange die nachfrage decken um in apelagia zu überleben muss. Das haben wir jetzt wieder als Frankreich schon zusammenarbeiten. Ja, okay. So, wo ist denn jetzt Rahmani? Hallo. Ich werde nochmal mit... Ja, ja. Nee, das hat uns... Das bringt uns im Moment nicht weiter. Ich möchte über Dinge reden, die wir im Unterbau gefunden haben. Nee, das brechen wir ab. Okay, danke. Da hinten ist jemand. Okay, gehen wir doch mal zu Rahmani. Ach, da ist sie ja. Ah, ich hatte noch keine Gelegenheit, deinen letzten Auftrag mit Ritter Schinn zu besprechen. Gab es etwas, das du mir direkt berichten wolltest? Ja. Äh. Wirklich? Foundation? Das ist beunruhigend. Wie gut kennst du die Leute aus Foundation? Ich würde sagen, sehr gut. Sie sind enge Verbündete. Das passt. Ausgezeichnet. Tolle Neuigkeiten. Ich habe vor kurzem Mitglieder ihrer Gemeinschaft gesprochen, wegen einer Zusammenarbeit. Wir brauchen Essen und Wasser. Sie können genug abgeben. Aber zu wissen, dass sie diese Waffen haben könnten, beschleunigt das Ganze. Wir müssen uns sofort darum kümmern. Ach, Melo, nicht schon wieder. Bitte erzähl weiter. Deine Mission ist folgende. Triff dich mit Gloria Chance, der Aufseherin des Vorratsraums in Foundation. Finde heraus, ob sie solche Waffen gesehen oder tatsächlich erhalten haben. Und vereinbare einen Handelsdeal mit Foundation. Etwas, das uns das Überleben in Appalachia sichert. Du wirst harte Entscheidungen treffen müssen. Ich vertraue darauf, dass du Foundation gut genug für diese Entscheidungen kennst. Und ich betone es noch einmal. Die Rückkehr mit den Waffen und das Abschließen eines Handelsdeals sind von gleicher Wichtigkeit. Na gut. Dem stimme ich zu. Denk dran, für diese Menschen vertrittst du die Bruderschaft. Mach uns stolz. Oh man, ich will eigentlich General werden. So gut. Wir werden im nächsten Video mal schauen, wie es weitergeht. Also, bis denn.